Hallo zusammen, hier ist wieder der Rossella mit League of Legends Noob Attack und ich sehe ein sehr, sehr schreckliches Game voraus. Nummer 1, weil die Truppe hier invaden will. Und Nummer 2, weil ich Alistar als Support spiele und ich bin scheiße als Support. Und ich bin auch scheiße mit Alistar. Das sollte genügen. Das war aber gut, das habe ich mal ganz gut gemacht. Das haben wir alle ganz gut gemacht. Bin ich zwar geflasht, wie der wilde Ochse, der ich bin, aber in dem Fall hat es sich gelohnt. Und mit dem Cue raufgeböllert und ich weiß gar nicht, wer es geholt hat. Ah doch, die Quinn. Und da kommen sie. Ich werde mich hier auf den Boom mal verständigen. Und jetzt gehen wir erbarmungslos in die Lane. Na ja. Ah, wir waren mal hier. So frei. Gut. Ich versuche ihm so ein bisschen die Viecher anzuhitten. Und ich versuche doch wieder zurück zu gehen. Mit der Vane will ich nichts zu tun haben. Oh. Oh. Sehr clever. Oh. Muss ich gar nicht stören. Ich bin schon ganz schön kräftig. Da kommt der Javen. Ja. Ich hoffe, es wird alles angesagt. Weil ich möchte nicht so gerne hier überrascht werden von der Seite. Ah. Verkackt. Mist. Warum bin ich denn so super stark? Ich lese natürlich wieder nicht was los ist. Deswegen wahrscheinlich. Ja ja ja. Respekt. Respekt soll er haben. So. Das ist gut. Das E. Dreckboppel nutzen. Oh. Au. Damit sich die Leute heilen. Gut. Ein bisschen Warden. Für meinen Mann. Oder für meine Frau. Je nachdem wie man es sehen will. Weg. Ich gebe dir einfach. Ich gebe dir einfach. Also ihr seht. Wir drängen sie da gut rein. Nein. Die haben jetzt schon keinen Bock mehr. Ne. Abbrechen. Ich komme mir gerade nicht so ganz klar. Muss ich ja nicht. Wir sind auf der Hut. Wir sind auf der Hut. auf der Hut. Wir sind auf der Hut. Wir sind auf der Hut. Wir sind auf der Hut. Schrapping nötig. Ähm. Ja. Jetzt aber. Das war nicht gut. Da habe ich mich verklickt. Sorry. So. Was können wir denn mal machen. Ich habe vom Alistar sowas von. Keine Ahnung. Das tut schon echt weh. Wie sehr ich keine Ahnung habe. Aber ich mache erst mal das Schild hier. Dick. Bisschen mehr Gülder. Bisschen mehr Leben. Bisschen mehr. Bisschen mehr. Was kriege ich da noch? Lebensregeneration. Ja. Ähm. I don't know tactic. Sagt der Yi. Das ist gut. Denn wir brauchen keine Taktik. Ich gehe hier hin. Und dann böller ich von oben rein. Ganz geschmeidig. Wenn ich den von oben nämlich erwische. Oh. Und jetzt warte ich dann auf die Vayne. Für den Draven hat es ja auch so gereicht. Ich denke mal hier an den Rand. Vielleicht kriegen wir ein paar EPL mit. Aber ich denke ja nicht. Lass sie kommen. Lass die Alde kommen. Ja. Das sollst du jetzt auch nicht backpornen. Soll sich ein bisschen heilen. Oh ne Drecksscheiße. Immer auf Nummer sicher. Was nicht unbedingt sicher ist. Das ist scheiße. Ach. Läuft das gut. Na gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie von da weg portet. Ich meine. Das war. Hm. 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 Was geworden. Aber so. Natürlich. Schlecht. Fokus Vay. Also Vayne. Ja. Klar. Wir fokussen die. Wenn es geht. So. Unser. Ist oben. I. Ist. Bla. Und so. Hä. Schrecklich. Support. Schrecklich. Ich geh jetzt voll drauf. 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 Ist gar kein denn da? War kein Schweinepriester da. Dann können wir auch drauf gehen. Dann machen wir das. Ne. Leute. Heile ich euch mal ein bisschen. Aua. Da ich ja sowieso nicht. Ich. Ich geh jetzt mal ein bisschen. Ich geh jetzt mal ein bisschen. Ach. Ach. Ich sag dazu nix. War auch mal eine Schuld. Entweder konsequent bleiben, Tower zerkloppen oder sich direkt verpissen. Nicht beides. Ich hab gedacht, die Minions machen den Rest. Das war ein Fehler. Jetzt kann ich mir wieder nix kaufen. Ich arme Sau. Und ich bin schon dreimal gestorben. Das ist nicht gut. Aber ich hab ihm angekündigt vorher. Support. Ist nicht mein Ding. Also ich werde auf jeden Fall auf Super Duper Tank gehen. Ich bin nachher so tanky, dass die gar nix mehr machen können. Dass die aufgeben. Die siegt. Warum den nehm ich? Weil er kann ihn nicht nehmen. Okay, dann nehm ich die. Oh. Los mit euch. Nimm doch das Gold. Ist doch keine Sau da. Ist doch keine Sau da. Ich muss mal ein bisschen... Stell den Ward jetzt hier hin. Weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen defensiver spielen. Aber da hab ich mal gar keinen Bock drauf. Die haut mich. Ja, okay. Das war nämlich gerade auch mein Gedanke. Kerngedanke, Mitte unterstützen. Ich bin nachher. Ich bin nachher. Dann muss ich mich auch mal bei dir. Also hab ich mich zu verschenken. Also hab ich jetzt nicht in dir. Ich bin nachher. Ich bin nachher. Ich bin nachher. Ich bin nachher. toute der Mann an. Ich bin nachher. Weiter. Ich bin nachher. Das ist auch mal bei dir. Ich bin nachher. Ja, also, äh, Absicht war ich immer super. Durchführung vielleicht nicht ganz so. Ja, Johann Loob, natürlich, so heißt doch das Format. Da müsst ihr auch mal drauf achten, Leute. Ach ja. 14 Sekunden noch. Ah, Jinx, also, ich nimm die hier, ne? Wenn du die nicht nimmst. Ich hab jetzt mal die Ulti am Start, ich weiß noch nicht ganz, was sie bringt. Eck. Also, die Überlegung ist natürlich immer, die zu meinen Leuten reinzukicken, was nicht immer gehen wird. Ah, jetzt, jetzt verpieseln, ist auch ne gute Idee. Ich versuch, die mal zu baiten, weil Quinn kommt ja, und ich glaub, Quinn kann was. Ja, ja, genau. Die sind die. Mann, Maul, ich lauf doch hier nur durch. Was soll ich da jetzt allein? Ich kann allein auf der Länge nichts tun. So, das ist jetzt... Aber wir haben ja keinen Turm mehr, das ist natürlich schalecht. Was kommt, die Jinx aus der Mitte? Das... Flucht in allerletzter Sekunde. Aber auch wirklich allerletzter Sekunde. Bin ich gestorben? Ich bin nicht gestorben. Wir haben den Yasuo gekriegt. Das ist wenigstens etwas. So. So. Äh, machen wir das jetzt, ne? So, da kann ich ein Schild geben. Das ist gut. Elmatador. Das ist natürlich einer von uns. Das ist Jinx. Das ist nicht gut, weil da muss ich sie reporten. Ich hoffe mal, es ist zwar ein Disconnect. Ich habe nicht so viel Ahnung vom Alistar. Einmal, glaube ich, gespielt. Abklingzeit ist noch auf jeden Fall hoch genug. Ich habe nicht so viel Ahnung vom Alistar. Nichts. Wenigstens kann er je abräumen. Ich bin ein Spiel als einzige vernünftig. Das beschwert sich der ja so überhaupt überhaupt nicht, ich bin auch genauso schlecht wie er. Was wollen wir haben? Das ist die Frage. Ich würde auf jeden Fall das nehmen, das Frozen Heart. Aber ich sollte mir erst mal überlegen, ich nehme einfach die Tabi. Ich habe ja gesagt, ich gehe Full Tank. Ja, dann gehe ich jetzt, wenn wir einer weniger, ne, wir sind gar nicht weniger, ne, Jinx ist wieder da. Nee, ist ja keiner in der Mitte. Und bevor die Erfahrung, scheiße, verloren geht, ich kriege hier nichts, ne? Ich würde ja, egal. Okay, die wollen, die wollen einfach. Lass doch mal. Das ist alles Mist. Hier, da habe ich da mal gar nicht so schlecht gemacht. Den habe ich sogar geholt. Warum? Weil ich großartig bin. Das muss man einfach mal sagen jetzt hier. Only Quimwood, ja, das ist richtig. Und? Können ja nicht alle Dia oder Master sein, ne? Und ihr merkt man, eine Stimme verabschiedet sich auch schon. Bam. 16 Last Hits, das ist grandios. Gehr. Ups. Ich gehe doch lieber nicht ran. Das ist, ne, ich bin einfach zu krass vom Schaden her. Ich bin zu krass. Und ich merke gerade, ich muss auch das eh häufiger mal spammen hier auf der Lane einfach. Nicht, das, ach, nö. Wenn Jinx weg ist von der Lane, dann verpiss ich mich genauso. Also, da gibt es nix. Nicht cool. Scheiße. 2,5. Wann habe ich denn den zweiten? Gott. Ich bin Gott-Support. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich muss ein bisschen in die Wunde rein. Nein. It's my first time, Ali. Ja, gut, ich sage, ist halb gelogen. Halb Wahrheit, halb gelogen. Das ist mein zweites Mal. Er ist da. Die Quinn macht das. Quinn ist unser Joker. So, der sieht dann natürlich jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Egal, ne? Wollen wir uns den Atrox schnappen? Das geht ja so schnell wie allgemein, ne? Vielleicht muss er auch mal ein bisschen Gold, muss ich mir mal holen. Ich glaube, eigentlich müsste ich bei der Quinn bleiben. Weil Quinn ist cool. Quinn macht Sachen. Mit der Wave könnte eigentlich mal einer kommen. Oh nein, das, das gehe ich nicht mehr hin. Ich sagte doch, die ist gut. Warum hört keiner auf mich, wenn ich sage, die ist gut? So, wir müssen hier ein bisschen sehr viel vorsichtig... Ach so, ich habe ja die noch. Könnte ich auch mal spammen hier. Mehr. Nichts machst du. Du bist das jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so klug. Das beiden auch nicht. Komm mal weg da, du alte Kuh. Ach komm, das war doch gar nicht so scheiße. Ich bin immer ein bisschen langsam. Aber den Turm haben wir. Da bin ich mir 1000 pro sicher. Schall, weg. Ich gehe zu den Dings, hier. Port-in-Port. Ja, mach mal. Split-Push mal. Ist gar nicht so schlecht. Äh, shit. Nein! Hat der Woli sie wahrscheinlich in den Turm reingeböllert, ne? So, ich darf die drei nicht vergessen. Ich setze überall, ich setze alles, alles voll mit in den Dinger. Okay, das ging ja mal fix. Was habt ihr vor, Mädels? Wo ist hier einer? Ich sehe hier nichts. Komm schauen, lass mich hier rein. Ich will doch. Ich klopfe einfach mal auf den Dinger, wenn ich die Kuh fertig habe. Hm, das wollt ihr machen. Das habe ich mal gar nicht so schlecht gemacht. Schade. Hätte ich da gefluscht? Wenn die kommen, mit den Minsel-Männchen... Ach, die Minsel-Männchen sind auch ganz um. Das bringt also nichts. Ach komm. Verpiseln wir uns. 1000 habe ich doch, das Frozen hat. Fertig, ne? Dann gehen wir auch mal... 258, ja gut. Und dann muss ich schauen, da verkaufe ich einen von den, ich sag mal, Anfängergegenständen. Ich glaube, dat, ne? Dat, den Stein da, den Murmel des Todes. Hier! Hedels. Hier, der Dingels, der baut sich ja auch mal wieder auf, aber das dauert noch ein bisschen. Hallo! Den sollst du angreifen. Boah, bin ich schwach. Bäh! Ich bin jetzt zu schwach. Ja komm, wir gehen mal mal gucken, vielleicht kriegen wir einen Atrox. Berenau am Ass. Sollten... Vorsichtig sein mit dem Barron. Aber hier ist gut, gut geworden. Ja, gute Sicht. Was macht die? Die hat keinen Bock mehr, ne? Die hatte einfach keinen Bock mehr. Ali, very fast. Ja, uff. Was willst du erwarten? Ich bin eine fette Kuh. Ich bin eine fette Kuh. Ich bin eine fette Kuh. Scheiße. Scheiße. Sehr gut. 2,5, 2,7. Ich habe auch 2,5. Äh... Ja, spielen eigentlich alle. Okay. Kann ich mich nicht beschweren. Ja, den Turm kriegen wir. Ach, was ist das? Hau direkt den Turm weg. Was soll ich denn? Warum soll ich mich mit den Vasallen aufhalten? Was soll ich denn? Ihr macht schon euren Scheiß. Ali kommt. 2,5. 2,5. Solo Dragon. Ha, ja, hallo? Stufe 13 oder was? Ist jetzt nichts. Wenn man sich hier groß auf die Schulter klopfen muss. Oh. Ich sollte mich verpiseln. Aber ich warte hier. Ah! Hilfe! Ja, ja. Mach den. Ja. I'm 30% Lifestyle. Und da koilen wir uns alle ein drauf. Ah, gar nicht so verkehrt. Schillige Jinx. 10,4. Gut. Die ist jetzt auch gut dick. Ich habe jetzt keinen Bock eigentlich. Ich gehe zurück, weil die Van da unten scheiße macht. Ah, die Van wurde gemacht. Super. Ja, das könnte ich an ihr auch. Da bleiben. Wir verkaufen mal das. Und holen wir uns das. Und dann gehen wir mal auf ganz krasse... Auf ganz krassen Shit. Gehen wir nämlich mal auf Warmox. Und dann ist nämlich... sowieso vorbei. So, wie viel Leben haben wir? 2,8. Das ist... Ausbaufähig. Würde ich sagen. 2,5 war ja so. Okay, auf den kann ich mich nicht so verlassen. Was machen alle? Nein. Von mir hier keine Hilfe. Kann ich dir flüstern? Leistige Lee is funny. Yes. Das machen nicht die Wölfe. Sehr gut. Nein, die Quint geht rein. Ich habe hier noch ein Schilf gegeben. Warum mache ich sowas überhaupt? Geil. Nein, den Quintun. Wenn er stirbt. Nein, er stirbt nicht. Nein. 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 Weg. Dich brauchen wir nicht. Flasch-Ulti. Ja gut, regt jetzt nicht so viel beim Ali-Bert, aber... Weg. Ich hab noch das Schild. Ich mach das Ende, ist mir egal. Aber wir haben hier konstant ne gute Pushung am Laufen. Easy. Ja gut, das war gelogen. Ah, wir haben es geschafft. Immerhin. Zweite Runde mit Ali-Bert. Der dicken Kuh. Ich weiß nicht, ob ich den so bald wieder spielen werde. Hat eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Weniger Spaß ist es halt. Man konnte ja sehen, dass ich kein Support bin. Kein richtiger. Und wenn Leute die Schnauze aufreißen oder im Chat halt so... Ja, in dem Fall sind sie nicht ausfällig geworden. Aber es muss halt auch nicht sein. Immer diese Sticheleien. Besonders wenn man selber noch schlechter steht. Ja, oder genauso schlecht. Einfach bei Leuten sich die gute Laune nicht nehmen lassen. Und dann klappt das auch irgendwann. Ja. Sagt derjenige, der in Bronze steht. Danke fürs Einschalten. Lasst doch ein paar Kommentare da oder vielleicht einen Daumen nach oben. Und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Danke fürs Einschalten zum zweiten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das wünschen mir Leih licence und Aufmerksamkeit. Vielen Dank.